so immer noch jagdpanzer vier wolo kolammer was für name hier war ich noch nie ich war noch nie hier scheiße ist egal jetzt wohl erstmal hier gibt ja eh nur einen spawnpunkt das ist scheißegal aber ich kenne diese karte zero nada niente wo fahre ich jetzt lang wir ruckeln erstmal so ein bisschen hier ok zwei punkte liegen ziemlich dicht beieinander ich lasse die erstmal vorfahren ich werde mich hier oben positionieren ich kenne die karte überhaupt nicht ich sehe nur dass man hier einen hügel hat also gehe ich davon aus dass man gut runterschauen könnte ok sie kämpfen schon weh ich sehe auch seinen ersten panzer dort und schon habe ich in die fresse bekommen was ist das für eine beschissene karte mein gott jetzt ficken sie mich weg und das wasser noch so gewesen ist wahrscheinlich ging einer da regt mich das auf so einen nuttengepibbel hier ist was ist das denn für eine behinderte karte ich muss auch gleich mal ins forum gucken ich will wissen was die leute über diese verdreckte karte schreiben wie sagt nicht man fährt doch nicht über den hügel und so da wird man gleich abgeschossen jetzt mal im ernst was ist das für ein dreck hier was für ein dreck echt was habe ich zwei punkte ich habe 172 punkte für was eigentlich kann man sehen das ist auch wieder so eine karte da habe ich das gefühl auch wenn ich erst irgendwie anderthalb minuten drin bin wo man einfach innerhalb von ein paar sekunden wieder komplett zerlegt wird ich komme sturm geschütz auch schon weg 34 ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen es ruckelt schon wieder so bestialisch hier was ist los heute hier ich habe ok dieser wichser hat den jagdpanzer zerstört ich krieg das kotzen also bisher für die karte ziemlich scheiße sei ganz ehrlich gott wie ich russen hasse recht ich kann deren fressen nicht mehr sehen wudus 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 kleiner penislutscher echt ja was soll ich sagen richtig frustrierend hier ich hätte nicht gedacht dass diese karte so kacke ist ich habe vergessen dass ich mit diesem kackten wirbelwind selten mal ein flugzeug abgeschossen haben sondern meistens eine andere panzer nichts getroffen was ist das denn das ist so ein richtig huren kackteil hier heute riecht mich alles auch für echt jetzt mal mein gott wir kratzen den ganzen müll hier echt die kappen ja alles die haben ja sofort alles hier das ist das erste was ich hier getroffen habe und die räumen so dermaßen ab dass ich natürlich alle paar sekunden mit irgendeinem flugzeug in die luft gehen können leck mich im arsch also die karte finde ich am beschissensten überhaupt keine beschissene karte hier alter was du ich für klickt mich jetzt auch noch blöde schieß mich ab hier wir treffen hier nichts und ich kann nicht weg hier immerhin noch ein killing gefuckt hier aber das ist ja echt lächerlich was für eine drecks karte echt kotzt mich ja richtig an ich muss erstmal auslasten ciao